Hallo zusammen, im heutigen Video zeige ich euch, wie ich den neuen Super Sexy Kaipirinha 2 von Team Black Sheep gebaut habe. Ich verwende als Hirn den genialen Furious FPV F-35 Flight Controller, welcher für Flugzeuge und Wings ausgelegt ist und mich somit auch wieder Return-to-Home-Funktionalität ermöglicht. Ähnlich wie im Nano-Tellen-Video, welches ich oben rechts verlinkt habe. Disclaimer, dieses Video ist in Zusammenarbeit mit dronefactory.ch entstanden. Viel Spass! Den Kaipirinha 2 gibt es in zwei Varianten. Zum einen die günstigere Kit-Version, bei welcher du alle Einzelteile, aber keine Elektronik erhältst. Zum anderen die etwas teurere PNP, Plug-and-Play Version, bei welcher die Flügel bereits zusammengebaut sind und der ESC sowie der Motor inbegriffen sind. In diesem Video verwende ich die PNP-Version und der komplette Bau- sowie die initiale Ein-Auf- und Fernsteuerungskonfiguration hat ca. einen Abend gedauert. Falls du aber die Kit-Version hast, ist lediglich etwas zusätzliche Vorarbeit, nämlich primär der Zusammenbau der Flügel nötig. Von diesem Moment an ist es der identische Bauvorgang. Für den gesamten Zusammenbau gibt es bis jetzt eine englische PDF-Anleitung von TBS. Diese habe ich unten in der Videobeschreibung natürlich auch verlinkt. In diesem ersten Video zeige ich euch den physikalischen Bau des Wings und wie ich den FC sowie die Sensoren verbaut habe. Da leider das Wetter noch immer nicht brauchbar ist für ein Maiden, muss auch dieses sowie das Einrichten von Ein-Auf noch etwas warten. Dazu werde ich natürlich ein weiteres Video machen, sobald dies möglich ist. Ich will euch nicht eine Konfiguration zeigen, die ich selbst noch nicht geflogen bin. Die verwendeten Komponenten kannst du im Shop von dronefactory.ch bestellen. Links dazu wie immer in der Videobeschreibung. Dronefactory führt übrigens auch einzelne Komponenten des Caipirinha 2 für den Fall, dass du einen Crash hast und Ersatzteile benötigst. Vielen Dank an Dronefactory für die tolle Zusammenarbeit. Angefangen habe ich damit die Schlaufe von TBS zu öffnen, alles auszupacken und ein bisschen Knowling zu machen, sprich die Komponenten schön hinzulegen, um mich somit vertraut zu machen mit den Teilen des PNP-Kids. Ich war überrascht, wie wenig einzelne Komponenten da überhaupt noch vorhanden sind und wie weit der Bau schon fortgeschritten ist. Den ersten Schritt habe ich mich dann entschieden, das Propeller-Assembly einmal anzugehen, damit nicht kleine Teile verloren gehen, da hat es Schräubchen und Muttern dabei. Der Zusammenbau ist extrem einfach, man kann da glaube ich nicht wirklich viel falsch machen. Ich musste einfach die Propeller noch ein bisschen anschleifen, da ich sie sonst nicht in das Alu-Case gebracht hätte. Auch wenn ich ziemlich sicher immer nur ein Akku brauchen werde, habe ich die zwei zusätzlichen Slots, wo man weibliche XT60 reinlöten kann, habe ich gefüllt und diese entsprechend angelötet. Anschliessend habe ich diese Unterseite noch ein bisschen conformal gecoated, einfach nur um ganz sicher zu sein, dass da kein Kurz passieren kann. Als nächstes habe ich ein Testfit gemacht, um sicher zu sein, dass das auch alles passt und stimmt und einmal zu testen, wie das dann zusammenkommen soll. Bei diesem Testfit ist mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, wie schön dieser Flügel designt und gebaut ist mit dem Holzkern und dem Schaumstoff drumherum. Es ist wirklich ein tolles Teil. Als ich sicher war, dass ich nichts kaputt mache, habe ich mit dem Leim begonnen. Ich habe zuerst beim Wingsbar das Holzquadrätchen in der Mitte angeleimt. Das hilft dann, dass man weiss, dass in beiden Flügelhälften gleich viel vorhanden ist. Anschliessend habe ich wieder einmal mit Schleifpapier die Seiten ein bisschen angeraut, dass es auch sicher hält. Und dann mit Sekundenkleber, normalem CA-Glue, das Teil zusammengeklebt. Auch der Motor-Mount ist so angebracht. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich Gorilla-Glue nehmen soll. Das wäre sicher auch gegangen. Aber da in der offiziellen Bauanleitung von CA-Glue gesprochen wird, habe ich gedacht, ich mache es mir etwas einfacher. Der trocknet schneller. Und ich hätte bis jetzt gar nichts festgestellt, dass ich das irgendwie lösen würde. Da ich nicht realisiert habe, dass es eine Schutzklebefolie im Lieferumfang dabei hat, die den unteren Teil komplett schliesst und somit auch diese Anschlüsse nicht einen Kurzschluss verursachen können, habe ich ein Teil 3D designt und aus TPU gedruckt, dass dieses Loch da unten füllt. Falls es auch jemand machen möchte, wie gesagt, es ist nicht wirklich nötig. Ihr könnt die Datei wie immer unten herunterladen. Es ist verlinkt. Danach habe ich noch das letzte Schaumstoffteil eingeklebt. Da kann man die drei Kabel des Motors schön durchs Loch führen. Wenn man ein bisschen aufpasst, hat man auch keinen Sekundenkleber dran. Und da kann man nicht wirklich viel falsch machen, ausser die Orientierung. Und die seht ihr ja hier im Video. Um das Ding doch noch wie gewünscht mit INAV und Return to Home und so weiter in die Luft zu kriegen, habe ich mich dann entschieden, den Furious FPV F35 zu verwenden. Den gibt es auch bei Dronefactory. Und ich liebe diesen Flight Controller mit allen möglichen Sensoren, Komplettpaket. Alles ist dabei. Es ist ein Traum. Beim mitgelieferten Kabel für die Kamera fehlt der Anschluss für Audio. Die haben keine Kamera vorgesehen, die auch ein Mikrofon integriert hat. Und da ich das Audio aber, wenn ich schon die Option habe, gerne auch verbinden möchte, habe ich den Stecker ersetzt. Das war aber sehr einfach. Ich musste nur die drei Kabel für Plus, Minus und Video rüberlöten und zusätzlich das Kabel, welches schon dran war, für Audio weiterziehen. Auch hat es einen Pin für die OSD-Kontrolle der Kamera. Und das habe ich natürlich auch verbunden. Danach habe ich das Kabel für den Crossfire Empfänger eingezogen. Dies wird auch mitgeliefert und ist, wie man sieht, schön lang. Der Furious ist so vorkonfiguriert, dass er vom Back des ESC den Strom für die Servos nimmt. Und das ist auch gut so. Das Kabel, welches mitgeliefert wird für den VTX, ist für den Stealth vom selben Hersteller ausgelegt. Und der Stecker passt nicht in den Unify HV von Team Blacksheep. Da ich aber den verwenden werde, habe ich einfach beim mitgelieferten Kabel den Stecker abgeschnitten und das entsprechend rüber gelötet. Schwierig ist das nicht. Es ist einfach ein bisschen Fleissarbeit. Und schon ist auch dieses Problem gelöst. Durch Abisolieren eines kleines Stückchens des Kabels, habe ich dann später noch das Audiokabel, welches von der Kamera kommt, da rein verbunden, sodass die drei einfach zusammen gehen. Zur Montage der 3BS Triumph Antenne habe ich denselben Trick angewendet, wie schon beim letzten Wing. Ich habe einfach ein bisschen des Schaumstoffes rausgeschnitten mit dem Skalpell, sodass es einen schönen Sitz gibt für den Pigtail. Und dann habe ich den mit Epoxy Harz Araldit oder keine Ahnung, wie man dem sonst noch sagt, einfach reingeklebt und dann geguckt, dass der so auch schön trocknet. Ihr seht hier nicht, wie das zwei Stunden da lag und entsprechend fest wurde. Anschliessend habe ich auf der runden Seite den BTX montiert und damit der Pigtail nicht rausfällt, habe ich da wieder ein bisschen Schrumpfschlauch drüber gemacht und das so fixiert. Wie schon mehrfach erwähnt, sind ja sehr schön viele Sensoren und Ähnliches beim Furious mit inbegriffen. Beim Fullset natürlich, es gibt ihn auch alleine. Unter anderem eine Pietotube. Dies ist ein korrekter Luftfahrtgeschwindigkeitsmesser. Wie das funktioniert, ist relativ kompliziert. Das dürfte ich selbst bei Wikipedia nachschauen und lesen gehen. Ich habe da ein bisschen geguckt, wo man den montieren könnte. Habe mich dann für den zweiten Ort entschieden. Und so geguckt, dass die Schläuche, welche dabei sind, schön hinten durch den schon existierenden Schlitz unter dem Deckel des Kaipis da reingehen können. Ich habe vor allem darauf geguckt, dass die nirgends zerdrückt werden. Ich weiss nicht, wie schlimm das wäre, aber so bin ich jetzt ganz sicher, dass der Luftdruck auch wirklich nach innen geführt werden kann. Der Sensor hat entsprechend zwei Anschlüsse, wo dann diese Schläuche heraufgeführt werden kann. Das ist nicht kompliziert und auch nicht irgendwie schwierig. Und damit die nicht abfällt, habe ich noch ein bisschen nachgeholfen und mit Hotglue und ein bisschen Gaffa-Band das zusätzlich zum bestehenden Leim noch fixiert. Da ich auf der linken Seite des Flügels alles Empfangende haben will und rechts alles Sendende, sodass sich die Funkwellen möglichst nicht gegenseitig stören, musste ich den GPS-Empfänger links montieren. Das Kabel dafür war aber etwas zu kurz. Und da habe ich einfach das zusätzlich überflüssig mitgelieferte XSR-Kabel verwendet. Ich musste da nur den Stecker setzen und schon war das erledigt. Der Bluetooth-Empfänger, welcher ebenfalls zum F-35 gehört, habe ich einfach auf den Deckel geklebt, der über den Flight Controller kommt. Um den Flight Controller zu montieren, habe ich dann die bestehenden Schraubenlöcher ausgebohrt mit 3 mm, dass die M3-Schrauben gut durchpassen. Ich habe dann 12 mm lange Schrauben verwendet. Und damit genug Abstand zum Holzboden ist, habe ich da noch eine normale, für Quadcopter verwendete Nylon-Sechskant-Mutter unten dazwischen gemacht. Der Flight Controller kommt mit den Kabeln, wie ihr sie hier seht, schon angelötet, geliefert. Ich dachte dann, ich sei besonders intelligent und wollte die eigentlich ersetzen und das alles besser und hübscher machen. Das hat sich als eine dumme Idee herausgestellt. Ich empfehle euch dringend, das so zu lassen, wie das schon ist. Ich wollte eigentlich Stecker sparen, weil der Platz ja doch schon ein bisschen eng ist so. Und dachte dann, ich könnte das direkt verkabeln. Ich habe aber schlussendlich festgestellt, dass ich nicht 14-Gauge-Wire zur Verfügung hatte. Und somit habe ich schlussendlich alles wieder angelötet. Glücklicherweise konnte ich so die Kabel ein bisschen abwinkeln, was es ein bisschen besser macht. Auch da, die beim Flight Controller im Original gerade rauskommen, bringen die Antifibrationsteile sowieso kaum etwas. Denn die Power Chords drücken direkt gegen den Flieger. Aber hey, ich glaube, Vibrationen sind bei Flügeln nicht annähernd so empfindlich und gefährlich wie bei den Quadcoptern, wie wir das kennen. Aber schlussendlich habe ich die ganzen Power Chords genau gleich wieder angelötet, wie sie schon kamen. Und ich hätte mir da diverse Bastelminuten, wenn nicht sogar Stunden, sparen können. Denn man kommt wirklich nicht mehr gut dazu, dass der Flight Controller ist mit der 90 Grad Option. Also die Kabel kommen waagerecht raus, ist das ein Aufsatz, der da zusätzlich raufgelötet ist. Wenn ich die Version gehabt hätte, bei welcher die Kabel, die Stecker nach oben rauskommen, wäre das gar kein Problem gewesen. Aber dann geht der Deckel nicht mehr zu. Also man muss für den Caipirinha, für einen schönen Bau auf jeden Fall die Version nehmen mit den abgewinkelten Steckern. Und somit war das nicht viel mehr als sehr, sehr nervenaufreibend und zeitintensiv. Mehr hat das nicht gebracht. Wie man hier jetzt sieht, habe ich dann schlussendlich einfach überall Stecker angemacht, weil ich nicht diese 14 Gauge Wires aneinander löten wollte. Das gibt nie eine wirklich schöne Sache. Und es hat schlussendlich gerade gereicht. Ich hätte nicht Platz für einen weiteren XT60-Steckerpaar. Aber so wie es ist, geht's. Alles passt rein. Und ich werde das nie mehr anlagen. Es ist okay so. Da nun endlich alles montiert ist und ich die XT60-Kabel doch durchs Loch gebracht habe, es war ziemlich eng und ich musste da den Durchbruch doch einiges grösser machen, um alle Kabel hindurchführen zu können, konnte ich endlich all die Sensoren und Verbindungen mit dem Freikontroller verbinden. Und das ist doch absolut toll. Das sind schöne Stecker, die nicht wieder rausrutschen können, also die sind zu arretiert. Und das macht Spass, wenn man sich gewohnt ist, zu löten und ähnliche Dinge mit den Quadcopten. Das ist wirklich sehr einfach, angenehm. Die Kabel sind alle angeschrieben. Und das war schon fast eine Schlusserleichterung zum Abschluss der ganzen elektronischen Geschichte. Ich habe natürlich auch immer wieder getestet, dass ich keinen Kurzschluss auf dem System habe. Aber nun konnte ich, da jetzt alles schön verkabelt ist, auch noch testen, ob die Servos auch wirklich funktionieren. Ich musste dann in einen auf den Servo Nummer 3 invertieren. Falls ihr meine Konfiguration aus den Kommentaren runterlädt, dann ist das schon entsprechend konfiguriert. Also nur für die, die das selber machen, denkt dran, ihr müsst Servo Nummer 3 auf minus 100% stellen, damit das richtig funktioniert. Für unten habe ich zwei Covers von Thingiverse in TPU gedruckt. Und vielleicht wechsle ich die dann durch den Originalsticker aus. Das werde ich noch sehen. Und hier montiere ich nun den bereits erwähnten Sticker, der die untere Seite schön schliesst. Da ich wusste, dass ich den Flügel immer wieder auf den Kopf stelle, habe ich bis zum Schluss gewartet mit der Montage der Kontrollflächen und Winglets. Und die sieht man nun. Am besten klebt man, das ist auch im Guide der Skype so vorgesehen, zuerst die innere Seite der Kontrollfläche an. Und legt die dann daran. Es ist schwierig, das mit Worten zu umschreiben. Am besten studiert ihr das PDF oder schaut mein Video in langsam an oder irgendetwas so. Das ist wirklich eine angenehme Methode. Wenn ihr das so macht, kann nicht viel falsch gehen. Und am Schluss stimmen auch die Abstände relativ gut. Die Dame in der Apotheke war etwas überrascht wie ich, dass dies anscheinend das ideale Klebeband ist, um Kontrollflächen anzukleben. Die Montage der Winglets ist äusserst einfach. Es braucht nur zwei Schrauben. Das einzige, was man beachten muss, ist, dass die Schraubenlöcher nicht genau in der Mitte sind. Und die tiefere Seite kommt nach unten. So, dass er mehr Bodenfreiheit hat. Als letztes habe ich noch die Richtung des Motors verifiziert. Wenn die nicht gestimmt hätte, hätte ich nur zwei Kabel vertauschen müssen vom ESC. Das ist ganz einfach. Aber ich wollte sicher gehen, dass der in die richtige Richtung dreht. Und habe auch mal einen kurzen Test gemacht. Ich habe aber nie Vollgas gegeben. Davor hatte ich ein bisschen zu viel Respekt in meinem Werkstatt. Hier noch ein paar Anmerkungen und Überlegungen zum Bau. Ich habe die Empfänger und Sender voneinander getrennt, damit diese sich möglichst nicht gegenseitig stören. Es ist möglich, dass ich den Caipirinha 2 für zusätzlichen Schlutz noch laminieren werde. Möglicherweise auch nur die vordere Kante. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Diverse andere YouTuber empfehlen, den Flügel etwas nose-heavy zu fliegen. So wie ich ihn jetzt zusammengebaut habe, ist der CG ca. 0,5 cm weiter vorne, als dieser in der Anleitung vorgesehen ist. Dies inklusive des Akkus, der ist hier drin, und der GoPro. Ich freue mich darauf, diesen Play-Porn-Flügel endlich fliegen zu können. Wie immer, falls du Fragen oder Kommentare zum Video hast, darfst du diese gerne unten platzieren. Ich werde mein Bestes tun, diese zu beantworten. Hey, vielen Dank fürs Schauen dieses Videos, und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinen Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals, ciao zusammen.